ich glaube ich bin kein intellektueller lustiger ehrlich gesagt leider glaube ich begebe mich manchmal mit leuten um mich rum die das sind aber ich würde sagen ich kann okay bei sachen mitreden wie politik oder anderen dingen aber ich lache auch immer noch herzhaft über den schönen furz ja herzlich willkommen ihr lieben zu einer neuen folge inside comedy heute mit einem ganz besonderen gast er ist auch kölner er ist eine granate er ist comedyautor er ist die jane er ist yoga lehrerin und natürlich auch vor der kamera aktiv ist für euch die kleine freche zaubermaus max bierhals schmuckdesigner zu vergessen wie ist es ihnen schlechten menschen geht es immer gut sagt meine oma ist auch ein part of your game die ist part of my game du machst mit deiner oma tik tok tell me more ja also ehrlich gesagt macht meine oma mit mir tik tok habe ich das gefühl sie ist sehr motiviert und ich sie macht jeden scheiß mit und macht jeden scheiß auch so gut dass man das nicht skripten kann bei ihr weil sie einfach ich habe irgendwas mit ihr mal kapital bra sollte sie sagen und sie hat halt ungefähr 40 takes dafür gebraucht und die lustigen waren eigentlich sie hat dann immer kapitän hahn gesagt oder irgendwie also ganz weirde sachen gesagt aber sie macht alles mit und ist super also die ist eigentlich für mich der heimliche star von tik tok jetzt schon und how come also war das so 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 ich habe nur letztens gesehen da hat so eine ältere frau so video hat so diesen face scan gemacht oder so steht aus welcher nationalität du irgendwie bist kennst du das habe ich auch gesehen und bei der stand irgendwie kamelie oder sowas und dann sind die augen so groß geworden und sie nur so what the hell und das fand ich so gut das ist so mein humor ja es ist auch mein humor ich fand es auch sehr lustig bei allen menschen ist das aber auch lustig teilweise muss man auch mal sagen die können auch manchmal machen was sie wollen ja es ist krass ne es ist wirklich es ist einfach diese diese naive unbeholfenheit das hat was was sehr schönes so die wollen ja nicht wirklich film sein sondern die überhaupt nicht die gehen dahin und denken so wie so ein seehund der mit der kamera spielt weißt du ja was ist das was ist das hallo hallo aber es muss doch so ein moment gegeben haben wo es wo deine oma zum ersten mal dann kontakt zu tik tok hatte ist sie schon werbe gesicht ist sie influenza rin ich glaube sie ist kurz davor so irgendwelche verträge zu bekommen oder für so hautcremes oder so aber ich das war der erste moment war ich hatte tik tok zwei sekunden und dachte was kann ich machen und ich war bei meiner mutter und meiner oma zu hause und dann habe ich so gedacht ach komm wäre doch lustig wenn ich sage hey mama ich habe tik tok und sie sagt so verpiss sie aus meiner küche du wichser so war das original video was mütter halt so sagen was mütter halt so sagen und das wurde von tik tok gesperrt und was übergeblieben ist das zweite video was meine oma gemacht hat die hat dann halt gesagt ich habe so gesagt oma ich bin auf tik tok und hat sie so gesagt lasst mich in ruhe tindern und verpiss dich oder sowas hat sie gesagt und das ist dann drauf geblieben deine oma hat aus dem stegreif gesagt lass mich in ruhe tindern ich habe das ich habe das quasi vorgeflüstert aber sie wusste max ja es tut mir leid max alles alles fake alles es ist alles fake ist tik tok denn für dich so so ein pandemie ding eine zeit lang fand ich das mal wieder ganz witzig dann ist wieder eine zeit lang langweilig ich glaube es wird mich nie ganz kriegen aber ich finde es gerade die kreativste app also ich finde instagram langweilt mich so ein bisschen mittlerweile weil alle anfangen nur noch tweets da rein zu packen was ich auch okay finde aber irgendwie bei tik tok da ist sehr sind sehr kreative leute unterwegs und das finde ich also ich mag das sehr gerne da dass das durchgucken ist fast spannender als mitzumachen teilweise aber ob sich das jetzt durchsetzt oder so ist mir dann am ende auch egal irgendwas kommt schon als nächstes du bist autor du bist auf twitter erfolgreich jetzt mit mit tik tok war es auch schon vor der kamera aktiv so also du machst viel gibt es irgendetwas wo du sagst das machst du am liebsten ich kann eine sehr schnulzige antwort geben aber nur kommen oder keine die schnulzigste ist eigentlich dass ich eigentlich am liebsten mache ich das wenn leute lachen also ist mir eigentlich fast egal ob das jetzt jemand ist der meinen witz sagt oder ob ich selber einen witz sag oder irgendwas mache wo jemand kommentiert dass er das witzig findet das ist aber das ehrtig das ehrtig mega das ist so das weil ich zum beispiel ich brauche die reaktion deswegen bin ich sein aber ich brauche die direkte live bestätigung von a nach b du bist eine lustige sau verstehe ich und ich mich befriedigt das halt so also mich befriedigt das ganz wenig wenn ich dann so auf instagram so ein smiley auf eine story zurück das ist so aber so ein echtes lachen über was was du gerade gesagt hast das also ich merke halt gerade in der jetzt in der zeit in der ich nicht auftreten kann dass das einfach durch nichts sich ersetzen lässt für mich zumindest 100 pro das ist ein thema geiler aber wie aber cool ist es wenn du einfach sagst ist ja ein sehr ehrenwertes motiv zu sagen hauptsache irgendjemand hat daran seinen spaß ja und am meisten finde ich es auch gut wenn ich da selber noch spaß dran habe das ist natürlich also ich mache das jetzt auch nicht nur das ist wie mit gutem sex ne das ist einfach schön wenn der andere auch was aber ist auch schön wenn ich ein bisschen egoismus wird ja wohl noch erlaubt sein ne es ist also das heißt hauptsache die leute lachen über das was du machst sagst egal wie sich das entfaltet im endeffekt ja aber natürlich ist das live lachen zehnmal geiler also das ist ja das ist keine frage würde ich sagen aber es geht halt gerade nicht so gut ich weiß nicht hast du irgendwie eine chance im sommer so strandkorb auftritte zu machen oder sowas ist sowas nicht wieder oder das ist jetzt so ein dollar thema ja am freitag habe ich mal wieder bin ich komplett ohne publikum für eine kamera aufgetreten für so ein online event und es ist wie gesagt nicht das gleiche äh und ähm ja besser als nix aber äh ich habe halt ich habe ich habe auch mal twitter und so probiert aber ich kann es irgendwie nicht ich bewundere euch alle ich bewundere dich bewundere ich hatte schon andere leute hier sitzen aber irgendwie finde ich so ich kann da auch nicht hin ich ich werde da irgendwie kirre äh twitter ist aber eh so mordor mäßig geworden also man will da man ist ist cool wenn man da ist und hat es geschafft so aber es ist ehrlich gesagt es bringt gar kein spaß teilweise mehr das ist auch sehr ernst ist auch weil die zeit so ernst ist aber es wird ja nur noch zerfleischt und zerfletscht und alles was nicht bei drei auf dem baum ist wird da irgendwie runter gemacht ist auch okay auf eine art bei den richtigen leuten aber der fan ist da so ein bisschen es ist alles so so krass also ich finde twitter ist mittlerweile nicht mehr passiv aggressiv sondern aktiv aggressiv ja das ist so das ist so also jeder also ich finde so aua also es ist so es gibt immer helle momente wo leute wirklich gute sachen machen und gibt es ja auch ganz viele tolle leute ich glaube du hattest elhotso auch mal hier oder der ist ja auch super zum beispiel aber es gibt auch ganz viel wo man irgendwie denkt auch leute nun ist aber auch gut so bist du bist du da sehr aktiv was ist oder was haust du so raus also ich war mal jemand der täglich glaube ich drei tweets rausgehauen hat jetzt habe ich so monatlich zwei raus manchmal habe ich vielleicht auch eine phase wo ich öfter twitter gerade war es wieder okay aber eigentlich immer ganz oft denke ich danach auch was machst du ja eigentlich und ist doch eigentlich auch egal so aber es bringt natürlich auch spaß aber ich ist deutlich weniger geworden weil es mich deutlich mehr nervt es ist für dich dann auch so als als comedy autor dass du das so als als plattform so nutzt um deine jokes zu testen ist das ist das was weil das habe ich vorher habe ich gehört von von leuten die auf twitter aktiv sind die dann sagen ja ich teste da meine jokes ja das ist so ein bisschen schwierig früher hat man wenn man online geschrieben hat hat man die die nicht die man gut fand aber die nicht in die sendung gekommen sind die hat man manchmal getwittert das hat aber meist nicht so gut geklappt und jetzt twitter ich eigentlich immer nur wenn mir was einfällt dann twitter ich das wie ich das witzig finde und und das heißt dir fällt zwei bis drei mal im monat ja genau das ist jetzt die logische ich habe einfach nur eins und sechs zusammen gezählt und es kam neun mal raus ja ich bin ruhig geworden über die zeit ich mache jetzt sehr ernste sachen weißt du ich mache jetzt ja du bist eher so du bist ja wirklich so du bist so in der du bist aber auch schon eher so in der richtung angesiedelt du bist eher auch so der du bist auch so ein intellektueller lustiger oder also wenn dann fake ich das sehr gut ich glaube ich bin kein intellektueller lustiger ehrlich gesagt leider ich glaube ich begebe mich manchmal mit leuten um mich rum die das sind aber ich würde sagen ich kann okay bei sachen mitreden wie politik oder anderen dingen aber ob ich da jetzt zu hause bin das weiß ich gar nicht ich lache auch immer noch herzhaft über den schönen Furz ach danke max danke falls du einen drauf hast mach gerne jetzt ne ich muss pinkeln achso ein Freund von mir war mal in der Polizeikontrolle und sollte in so ein Ding halt pinkeln und das hat er ganz ernst gemeint er hat so gemeint wenn ich jetzt pinkel dann muss ich auch kacken und das war und das war sein das war sein Grund warum er nicht in diese Probe und die Polizei ja dann müssen sie leider mit aufs Revier und er ja dann muss ich mal mit aufs Revier und dann hat er im Revier weil er hat ich mein man kennt das ja dass man wenn man aufmacht dann ja dann muss alles auf dann sind alle Luken auf dann sind die Stotten dann sind die Luken auf ja Herr Officer ich kann nicht hat der Herr Officer gesagt naja bestimmt in meinem Kopf hat er das auf jeden Fall naja es ist ähm ne aber du bist ja schon eher so ähm angesiedelt bei bei äh Jan Böhmermann und äh jetzt äh bist du Autor bei Carolin Kebekus also äh sagen wir mal so Formate mit Haltung ja das kann man das ist das ist okay das würde ich gelten lassen das ist schon äh äh wo du äh äh wo du dich auch hauptsächlich siehst oder also naja ich mag halt den den kompletten Nonsens mag ich auch aber ich finde wenn das so eine gewisse Relevanz hat und vielleicht auch Aktualität ist wahrscheinlich das gleiche ist dann ähm finde ich das immer irgendwie besser dann mag ich das und am besten finde ich es wenn man das noch kombiniert wird mit irgendwas äh Popkulturellem oder so also wenn man sagt man parodiert ne Serie aber packt da Jens Spahn rein weil er grad über äh Impfstoffe redet dann ist das für mich so das ist das was ich sehen will äh und dann dann finde ich das auch gut irgendwie so satirisch oder haltungsmäßig zu sein aber wenn es dann zu ernst wird dann ist mir das auch zu dann ist mir das auch zu ernst das bringt mir dann auch keinen Spaß ja da ich hatte da auch schon schon mit mehreren äh hier so das Thema dass es äh teilweise äh weil wir es ja auch schon gerade über Twitter gesagt haben dass es teilweise zu viel Haltung und zu wenig Fun in die Richtung geht manchmal. Und ich mir dann denke, ja, aber es soll auch schon witzig sein. Also wenn man jetzt nur irgendwie ankreidet und die ganze Zeit da irgendwie von mir aus auch passiv-aggressiv auf alles und jeden losgeht, dann geht halt irgendwann auch einfach der Spaß flöten. Ja, man kann das ja auch machen. Ich meine, das ist auch immer ein bisschen schwierig, weil ich finde es auch cooler, wenn Comedian nicht immer nach unten tritt. Also es gibt Leute, die zum Beispiel ja immer gerne auch mal nach unten treten und das ist dann manchmal auch nicht so cool, aber trotzdem kann man immer noch mal Schläge verteilen, sag ich mal, und dann trotzdem dabei witzig sein. Also es haben ja auch Leute immer geschafft und ich glaube, da müsste man einfach wieder hinkommen. Das Problem ist glaube ich, dass die Zeit so scheiße ist, dass keiner, es gibt so viel Downer, du brauchst ja, es gibt ja nichts mehr Gutes oder was Lapidares. Früher hat man halt sich vier Tage darüber aufgeregt, wie schlecht der Song von Bibi war oder Dagi oder wer das war. Und jetzt, also kannst du eine halbe Stunde über Twitter und ist vorbei. Ja, das ist krass. Erstens geht alles so schnell wieder den Bach runter, also alles passiert und ist wieder weg. Dann haben wir dieses große, 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 große Überthema, nämlich den Cast von Love Island. Ja, ganz schlimm. Und zum Beispiel, ich war jetzt letztens mal bei der Familie zu Hause und das war dann auch so, alle sind so ein bisschen angespannt, so durch so eine Grundanspannung. Wie Love Island, ne? Ja, wegen Love Island, genau. Und alle sind so ein bisschen grundangespannt und dann heißt es irgendwie, dann fängt man wieder an zu reden, natürlich über das Thema und dann sagen alle so, können wir mal nicht mehr darüber reden und dann sind alle still. Und nach zwei Minuten sagt jemand, als ich zwölf war, da hast du mir meinen Dinosaurier geklaut und alle streiten. Also es ist, es sind wirklich sehr, es ist, die Leute sind halt bei allen, alle oder viele gehen auf dem Zahnfleisch, ne? Und ich glaube, das triggert dann halt umso mehr, wenn man dann mal irgendwie den falschen, in Anführungsstrichen, Witz macht oder so. Also die Leute sind sehr gereizt. Ja, alle. Noch mehr als vorher. Total müde, gereizt, sensibel, ist aber auch verständlich, also das merkt man ja auch selber vielleicht. Aber ich glaube, es wird mal wieder gut tun, wenn mal wieder so ein richtig, so richtig schöne Quatschkeule immer wieder kommt. Also vielleicht muss man das mal probieren. Ja, es ist auch gerade, es ist gerade, dass in so einer Zeit das halt nicht geht, ist halt so der doppelte Sheet. Ja, wirklich. Also wenn es irgendwie so ein fetter Krieg wäre irgendwo, aber man könnte noch Comedy-Shows machen, ich würde es nicht Nein sagen. Ja, so ein Krieg wäre was Gutes eigentlich, so wie so ein Gegenschmerz, den man baut. Ja, irgendwas, aber gestern habe ich auch mit meinem Mann drüber geredet, der meinte auch, wir bräuchten jetzt eigentlich noch so was richtig Beschützendes, wie so einen riesigen Vulkanausbruch irgendwo, um den Schmerz zu verlagern. Ja, ein Vulkanausbruch wäre aber ganz okay, muss ja auch keiner sterben, aber so eine Gefahr nochmal. So ein Meteorit ist doch jetzt ganz knapp an der Erde vorbei, habe ich gehört. So was. Oh. Schon wieder? Ja, schon wieder? Oh Gott. Verwechselst du gerade das mit dem neuen Film vom Gérard Butler? Das kann sein. Oder wie der auch immer heißt. Wieder ein Meteoritenfilm, wo irgendwas einschränkt. Aber ich habe das nicht heute gelesen? Ich meine, ich habe das heute gelesen und da denke ich, jedes Mal eigentlich denke ich, erleben wir das noch, dass so ein Ding mal auf uns zurast und man wirklich wie in dem Film so sagt, ja, was machen wir jetzt? Und man sieht den so. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Bock drauf, dass das mal einmal passiert, aber dass wir es natürlich gut lösen. Oder wir verlieren nur irgendwie Australien oder so, was egal ist. Die Lösung ist einfach nur, den Chinesen klarzumachen, dass geriebener Meteorit potenzsteigernd ist und dann ist der weg. So schnell kann die NASA gar nicht an den Himmel gucken, ist dieser Meteorit verschwunden. Ich würde das so gerne sehen, dass das mal passiert, aber natürlich nicht, na gut, vielleicht. Nicht auf unserem Planeten. Nicht auf unserem Planeten, das wäre ganz gut. Vielleicht irgendwo anders. Nee, aber ich meine, du bist, du arbeitest schon hier mit den, mit, ja, oder erfolgreichsten oder am angesehensten Formaten zusammen mit, mit, oder mit sehr angesehenen Entertainern, Entertainerinnen, Carolin Kebekus, Jan Böhmermann. Wie kommt man da hin? Wie bist du zu, wie bist du zur Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann gekommen? Also das kam ja über die Produktionsfirma, für die ich dann, also erstmal, die Geschichte ist mega lang, aber auch mega lame. Ich weiß nicht, ob man die hören will. Long story short. Long story short ist, ich hab mich da beworben, man konnte, jeder konnte sich bewerben, bevor es das Neo Magazin gab und wurde es nicht und wurde dann aber in den Außenautorenpool, das nennt sich so, da kriegt man halt die Gags, die Gags, äh, die Themen der Woche und schreibt das für Gags und dann, wenn man einen Gag gelandet hat, kriegt man 100 Euro, aber man hat mit der Sendung sonst nichts zu tun, nur für ein Stand-Up. Okay. Ähm, naja, und dann hab ich in den ersten Wochen ganz gut gelandet, in den ersten Folgen und dann haben sie irgendwann gesagt, komm doch mal vorbei. Äh, und dann hab ich da Probe gearbeitet, drei Tage und dann war ich da. 2014, glaub ich. Oh mein Gott, 2014, da war ich... Arschlang, ja. Da war ich so alt wie du. Du bist auch 33, ich bin auch 33, das wollte ich damit nur sagen. Ich bin 34 tatsächlich, muss ich leider sagen. Ehh. Ja, ich bin, man sieht's auch, also die Leute jetzt nicht, aber du siehst das gerade. Ne, du siehst doch frisch aus. Du siehst ehrlich, als siehst du gemütlich aus. Das ist immer das, ich hab das schon mal gesagt, das hat mal ne Frau zu mir gesagt, du bist total gemütlich und dann dachte ich so, das sagt man zu ner Couch. Das sagt man eigentlich nicht zu nem Menschen, hab ich so das Gefühl. Ja, aber du weißt, dass man sich auf ne Couch drauflegen möchte, ne? Das stimmt. Den ich den Total davon hab ich, aber ich dachte so, ist das ein Kompliment? Sehst du doch mal aus der Perspektive. Ja gut, okay. Ähm, ne, aber das, äh, mal abgesehen davon, äh, long story short, äh, how did it come to Jan Böhmermann. Du warst in diesem Außenpool, hast gelandet und auf einmal warst du mit in der Show 2014, wo du auch, wie alt war ich da, 27 oder so? Genau. Das müsste eigentlich stimmen. 27, stimmt. Das ist auch schon ein Weilchen her. Krass. Ja, man darf da gar nicht drüber nachdenken. Also. Und dann? Und dann bin ich älter geworden. Und das hat sich nicht viel verändert. Das ist wahr. Ne, und dann, äh, hat man da halt angefangen und war am Anfang natürlich noch sehr, ich wusste ja gar, ich hab ja nichts in der Art gelernt oder so, ich wusste gar nicht, was ich da mach. Und dann hat man einfach, äh, sich immer mehr, hab immer mehr Selbstbewusstsein geboren. Naja, du hast ja schon Multimedia Productions studiert. Das wurde da sehr gut rausrecherchiert anscheinend. Ja, das, aber das hat mir nichts gebracht im Endeffekt. Also nichts für das, was ich gemacht habe. Ich hab BWL studiert. Ja gut, okay. Ich konnte nicht mal 2014 von 2021 abziehen. Merkst du was? Ne, also du hast das, äh, also du hast das, äh, das hat dich nix gebracht? Das hat dich nicht mal auf die Idee gebracht, dass du da hin willst? Ne, eigentlich nicht. Also es hat mir ein bisschen was gebracht, da ich später nochmal, oder nach so ein paar Wochen durfte ich auch schon mal Regie führen für so kleine Matzen. Und dass ich dann mal wusste, wie eine Kamera angeht und was ein Weißabgleich ist, das hat geholfen. Aber sonst hat mir das, also ich hab im Studium nicht gelernt zu schreiben. Oder es hat mir eh niemals jemand beigebracht im Endeffekt. Also am Anfang auf jeden Fall nicht. Und wie, und, und, also, was war dann so der, 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 warum bist du dann, warum hast du dich beim Neo-Magazin beworben? Also, ja, weil das, ich wusste gar nicht, dass es hier einen Job gibt, so, dann hab ich das bei Facebook gesehen, dass Jan halt geschrieben hat, hey, wir suchen Autoren. Und dann dachte ich, ach krass, stimmt, es gibt ja Leute, die das machen. Und dann hab ich einfach mal gedacht, schreib da mal hin. Es war wohl auch rasend schlecht. Also die Legende, in Anführungsstrichen, sagt auch, dass die gesagt haben, der heißt Bierhals mit Nachnamen, der muss irgendwie witzig sein, lass den mal einfach reinholen. Bisschen traurig, aber es kann sein, dass es so abgelaufen ist. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Du, ich heiß, ich heiß, ich heiß, ich heiß Stäblein, frag nicht, wovor ich schon angefragt wurde. Doch. Ne, erzähl doch mal. Nein, ich habe diese Sache mit dem Bang-Bass definitiv abgehakt. Haben die eigentlich so Praktikanten beim Bang-Bass? Bestimmt, oder? So ein Volo, kann man so ein Volo beim Bang-Bass machen? Du, bestimmt. Bestimmt, du. Vielleicht muss ich zweiter Karriereweg. Wir müssen alle schauen, wo wir bleiben grad. Die haben ja gerade gar keine Chance. Der Bang-Bass steht auch in irgendeiner Garage und kann nichts machen, oder? Ich glaube, in Bulgarien gibt es kein Covid. Aber, ne, da muss man, man muss ja sehen, wo man bleibt. Aber bei dir ist so alles läuft doch, oder? Das Business. Ich meine, du drehst, du schreibst, das wird auch immer gebraucht. Ja, ich muss klein mit Hut sein. Ich kann mich gar nicht beschweren im Endeffekt. Also man hat viel zu tun und das nervt so ein bisschen, dass man immer zu Hause sitzt und vom Bett direkt am Arbeitsplatz ist, so. Aber sonst? Also da werde ich auf jeden Fall den Teufel tun, mich zu beschweren. Ich kann arbeiten. Also, bist du, als Comedy-Autor funktionierst du, deine Arbeit funktionierst du alleine? Also, dass du sitzt und schreibst und nur für dich bist? Weil ich zum Beispiel, ich brauch Leute, ich brauch Ping-Pong, ich brauch, weißt du, und jetzt nicht das Ping-Pong aus Thailand, ich brauch, na, dieses, du sagst was, mir fällt was viel Besseres ein, weil ich einfach lustiger bin. So, das brauche ich. Ja, nee, das habe ich tatsächlich auch, aber mir fällt halt immer nicht das Lustige ein. Deswegen ist es immer ganz gut, dass ich immer der, ich werfe mir nur die Bälle hin. Weißt du, ich bin so ein, wie so eine Ballmaschine beim Tennis. Nee, aber ich glaube, ehrlich gesagt, bei mir ist es so, bei One-Linern bin ich alleine viel besser. Da brauche ich richtig Stimme. Da kann ich, da bin ich immer in so einem Tunnel. Und wenn es dann so um Matz-Ideen geht oder irgendwas anderes, dann ist es schon cooler, in so einem Call zu sein. Aber so ein Call, ich weiß nicht, wie du das hast, aber ich finde, das ist auch kreativ raubend. Also ein Raum ist bei mir. Das ist super anstrengend. Ich finde es auch viel cooler, wenn du hier wärst. Ja, ich auch. Also ich meine, das ist, ich, es ist, du kannst ja, also gerade auch Comedy, also ich jetzt aus der Stand-Up-Sicht so viel passiert über Körpersprache und über einen Blick und alles. Das kriegst du halt auch in so einem Zoom-Call, je nach Datenleitung, schlecht transportiert. Ja, ich habe auch, der Vorteil ist, ich habe keine Hose an. Das ist ganz gut. Das, du, das ist, äh. Das ist das Beste eigentlich daran. Ich habe einfach seit Jahren, seit einem Jahr keine Hose mehr gehabt. Ich auch nicht. Wir haben uns auch noch nie gesehen, ne? Nein, nein. Also noch nicht mal irgendwo, weiß ich nicht. Du kommst aus Köln ja, ne? Ja. Ja, also dann wundert mich das eigentlich. Also auch Comedy-Preis. Wurde du auch in Köln, oder was? Ja, seit, ja, seit sieben Jahren jetzt. Und eigentlich hat man doch jeden Mal schon irgendwo gesehen, wo man so denkt, äh, ja, den habe ich schon, ich glaube, wir haben uns wirklich noch nie gesehen. Ne, aber du bist auch eher so, ich glaube, du gehst so, wenn ich dich so richtig einschätze, dann hängst du so im Buhmann und, Buhmann und Sohn ab. Ich höre den Ton da gerne raus. Das gefällt mir. Ja, aber ist das so? Ja, ich war da schon öfter. Aber ob das jetzt die Eins ist? Doch, ist schon gut. Ja, hast du sehr gut. Da sehe ich dich auch. Da sehe ich den Ehrenfelder, Autor, Bart, Käppi, immer mal einen frechen Spruch auf den Lippen, spielt noch kurz eine Runde Tischtennis. Was du gegen mich allerdings verlieren würdest, weil ich sehr gut bin. Ich bin auch nicht schlecht, sag ich gleich. Spielst du mit Schnitt? Ja, nur. Okay. Ich hatte, letzte Woche habe ich ein Turnier mit zwei, von meinen Cousins gemacht und die heulen immer noch, ich sag's nur. Spielst du wirklich mit Schnitt? Ne, ich bin so ein Amateur, ehrlich gesagt. Ach so, aber ich auch nicht. Kannst du Tennis spielen? Ja. Echt? Mhm. Wollen wir spielen? Ja, gerne. Ich habe aber keinen eigenen Schläger, das ist mein einziges Problem. Schon ein schlechtes Zeichen, aber... Das ist wirklich, es ist ein schlechtes Zeichen, aber ich habe genug. Okay. Ja, lasse ich mich doch rein. Also, und jetzt machen ja die Plätze wieder auf, dann können wir uns mal, dann gucken. Aber wir haben uns wirklich noch nie gesehen, auch nicht mal so Comedypreis oder sonst irgendwas und ich finde jetzt auch, wir arbeiten quasi in der gleichen Branche, wenn man Unterhaltungsbranche so umfasst, aber ich habe deinen Lebenslauf gescannt, ich weiß, dass du mit einem Stringtanga an Vatertag durch die Gegend gezogen bist. Das Internet vergisst nichts, Max. Das hat meine Mutter, glaube ich, im Internet erzählt, sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Das sollte dir... Bist du auch so einer? Also mir ist relativ wenig peinlich, so, ne? Und das Gute an unserem Job ist ja auch, ein Ruf, der schon kaputt ist, den kann man nicht mehr ruinieren. Ja. Also ich bin Comedian, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie nackt einen Korruptionsmaskendeal einfädel, dann ist es irgendwie lustig. Ja. Also, weißt du, meinen Ruf... Ja, finde ich auch. Aber ich habe, hast du auch manchmal Momente, ich habe das ganz oft, wenn ich das bei Instagram oder sowas hochlade, wo ich dann so merke, wenn ich das hochlade, finde ich es immer super lustig und dann merke ich so, wer alles Instagram hat und dann merke ich, ach shit, die sehen das jetzt ja auch gerade. Hm. Ah, okay. Und das, manchmal vergesse ich das, wer das manchmal sieht. Aber das ist mir dann auch sofort wieder egal, aber ich habe das so ganz kurz, dass ich merke, ach shit. Aber wen meinst du denn mit die... Naja, entweder hat man, entweder hat man irgendwie ein Date, gerade, was sich bei Instagram da sich vorher geedit hat und dann ist man auf einmal oberkörperfrei in der Küche oder so oder der Chef von irgendeiner Produktionsfirma folgt einem und man denkt, hat das vergessen oder keine Ahnung. Also es gibt ja so ein paar Follower, wo man so denkt, ach guck mal, die folgen. Und das kriegt man manchmal gar nicht mit. Ja gut, ich mache nicht so viel Nackt-Content, aber du, das musst du für dich entscheiden, Mann. Was deine Begleitung davon hält, ist jetzt auch nicht unbedingt... Ich mache nur Nackt-Content. Ich mache einfach nur Tanga-Content. Das ist einfach mein Ding. Songs sind einfach so mein Ding. String meinen Song. Ist das nicht der Ende? Ja, mein Song für Oslo oder sowas. Aber ist das nicht eine Show eigentlich? String meinen Song? Das ist eine Show. Einfach Leute, die die Unterwäsche der anderen Leute tragen. String meinen Song. Mein Song für Oslo. Das ist auch ein schön deutsches Wort. Herbert, wo ist mein Song? Machst du mal den Song drauf, den ich so gern mag? Ich muss dir mal folgen. Ich muss auch dein Bild... Bitte nicht. Dein Song-Content in Begleitung schauen. Das ist ein ganz großes Ziel meinerseits. Song-Content. European Song-Content. Den würde ich gucken. Ich würde ihn gucken. Und hier kommt Schweden. Das ist ein großes... Zwölf Punkte für Ihren Song. Komm aus Norwegen. Eigentlich ist das leider ein Sketch. Das muss man fast... Ich schreibe hier mal halb so. Du schreib mit. Alles da ist. Alles melde ich bei meinem Anwalt. Aber ich meine, ihr habt ja auch dieses... Du warst ja einer der Initiatoren von Prism is a Dancer, oder? Ist das richtig? Also das war ganz lange eine Rubrik im Neo Magazin. Die Idee kommt jetzt nicht von mir. Die kam vom Chef. Aber ich habe dann, wie soll ich sagen, federführend oder fast alleine mit einem ganz kleinen Team haben wir angefangen, bei der ersten Show das mal zu machen. Und dann war ich einfach... Dann saß ich da im Boot und war dann mehr so... Mehr verantwortlich als sonst. Das kann man schon so sagen, ja. Und gerade in Bezug mit dieser Show... Wie war das nochmal mit den Daten? Ja, also ganz heiß, lass dich überwachen. Die Prism is a Dancer Show. Das muss man immer so ein bisschen so schön lang sagen. Und da machen wir eigentlich... Wir haben halt ein Studiopublikum, was denkt. Sie werden bei einer normalen Neo Magazin-Aufzeichnung. Aber in echt haben wir heimlich über Monate deren Social Media gestalkt. Und überraschen sie dann in der Sendung. Und sie wissen gar nicht, dass sie in der Sendung sind, auf einmal Teil davon sind. Ja, und das bringt eigentlich sehr viel Spaß, muss ich gestehen. Da hat man ja gesehen, so wie einfach das ist, an so Daten ranzukommen. Ist dir das egal? Also für dich privat so? Das ist halt echt... Es ist total bescheuert, weil es ist mir total... Ich fühle mich so ein bisschen wie, wenn die Experten bei Biggest Loser mega übergewichtig sind. So bin ich bei dieser Sendung. Weil ich meine Daten sind mir so egal und ich kriege das leider nicht raus. Ich poste oft Sachen... Achso, ich dachte, weil du mega übergewichtig bist. Weil ich mega übergewichtig bin, das auch. Ich war gerade so voll in dem anderen Film. So bin ich so, Sekunde, mein Hirn ist lahm und okay, got the point. Jetzt hab ich es. Ich sollte es eigentlich besser wissen, aber ich mach es halt komplett falsch. Ich auch. Schon während ich recherchiere, mach ich wahrscheinlich was falsch. Aber ja, ist es aber schwierig. Ich hab diese Voice-App runtergeladen mit diesen Stimmverzerrern. Und die so, können wir Zugriff auf alle deine Konten? Und ich so, ja natürlich können wir das, weil ich brauche jetzt diese Darth-Vader-Stimme für eine Sprachnachricht. Und das ist auch so. Es ist einfach so. Und es hat sich voll gelohnt. Ich glaube, wahrscheinlich ist es so wie Rauchen, dass es dann irgendwann dich fickt. Ja. Also irgendwann ist dann so, ach übrigens, sie schulden uns nur 600 Millionen Dollar und du so, ich hab vier. Aber meinst du, ich glaube manchmal ist es auch einfach so, ich denke auch ganz oft, natürlich hab ich auch leicht reden, aber wenn man so, wie hieß denn das nochmal? The Fappening? Nee, wo alle Promis nackt geleakt wurden? Oder die Promi-Handys? Und ich bin jetzt kein Promi, das mach ich nicht, aber wenn die Handys geleakt werden würden, würde ich so denken, ja, dann viel Spaß bitte mit den ganzen Gifs, die meine Mutter mir geschickt hat, mit den ganzen Selfies, wie ich betrunken aufgewacht bin oder so. Also das ist mir halt dann egal. Ich glaube, ich hab schon schlimmere Sachen irgendwo im Internet. Ja, nee, also ich hab auch, ey, keine Ahnung, ich bin ein ganz normaler Mensch, so. Ich mach, was alle Menschen machen, so. Und deswegen hab ich auch noch nicht so, denn ich hab jetzt nix irgendwie krass zu verheimlichen oder so, wo ich mir denke, so, oh, ich will auf keinen, wenn das jemand erfährt, dann würden sich alle drüber aufregen, aber insgeheim wüsste ich, ihr seid genau so. Ja. Und deswegen hab ich mit diesem ganzen Datenzeug irgendwie auch nicht irgendwie so einen krassen Vertrag geschlossen. Aber ihr habt dafür den Grimme-Preis bekommen, oder? Ja, genau. Dafür haben wir den bekommen, vor, ich glaub, zwei Jahren oder so. Weiß ich grad gar nicht mehr genau. Und denkst du, dass du bist was Besseres, Max? Auf jeden Fall. Also, ich bin noch... Nee, du weißt jetzt, was du was Besseres bist. Ich weiß es jetzt. Ich hab mir ganz viele Käppies gekauft. Nee, überhaupt nicht. Also ich muss wirklich, also ganz ernsthaft sagen, ich find, das ist zwar toll und man hat sich sehr gefreut, aber ich hab noch nie drüber nachgedacht. Ich find, Comedy ist auch nicht so was, wofür man so preise. Also, wenn ich Fußball spiele, dann will ich deutscher Meister werden. Das versteh ich. Aber wenn jemand rausgeht und sagt, ich will den Grimme-Preis mit dieser Sendung gewinnen, mit neuen Sendungen oder so, ist natürlich auch ein cooles Ziel, aber war, hab ich noch nie drüber nachgedacht. Oder es war nie ein Ziel. Ist der dotiert? Nee, ich glaub nicht. Oder zumindest nicht für die Leute, die die Firma hat vielleicht dann was gekriegt. Aber ich mein nicht. Schenken dir. Eben, das steht, das ist wirklich, der verstaubt bei mir auch gerade. Also einfach nur gegeneinander anz... Einfach, uff, uff. Na, oh Gott, soll jetzt nicht so... Mr. Beerthroat, wow. Little dust on your price, huh? Nein, das steht natürlich ganz in so einer Vitrine im Südflügel. So mit so Lasern geschützt. Mit so Lasern geschützt, genau. So ein Einbruch, so wie so bei Britney Spears im Toxic-Video. Und jedes Mal, wenn du in deinen Krimmelpreis willst, musst du in so einem Latex-engen Outfit durch so Laser strahlen. Ja, ich tanze da so durch wie der bei Ocean's Eleven oder Ocean's Twelve. Ich seh's, ich seh dich da, Max. Ich seh mich da auch. Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh guten Content. Ich seh, äh, guten Laser-Content um deinen Krimmelpreis. Ne, ich find das nicht, weil es überbewertet alles. Also ich finde, man sollte nicht für Preise irgendwas machen. So, das ist einfach, äh, das ist ein falsches, für mich eine falsche Motivation für Leute. Aber kann ja jeder selber machen, wie er will. Ja, ich hätt schon mal gern so ein Grammy. Warte, Grammy ist das Musikalische, ne? Ja. Da hörte ich auch Bock drauf. Verdammt. Ich hab mal so, ich hab mal irgendwie so einen blöden Britney Spears-Witz irgendwie, äh, irgendwann mal abgesetzt. Und dann am Anfang hat er relativ viele Likes bekommen, es war auf Facebook. Mhm. Äh, und dann kamen irgendwann die Britney Spears-Ultras. Ja, darfst du nicht mal. Kamen dann unter den, unter, sind irgendwie drauf aufmerksam geworden. Und dann wurde ich mit Hass zugeschüttet, mit Leave Britney Alone. Und, äh, dann hat auch jemand drunter geschrieben, wer bist du eigentlich, du unwichtiger Comedian? Du hast keine Millionen Alben verkauft. Und ich so, ich hab kein Album. Aber jetzt musst du es mit K-Pop machen. Hast du es schon mitbekommen? Du musst jetzt auf K-Pop draufhauen, dann kriegst du richtig, dann wirst du erhängt. Was ist K-Pop? So, ist das, jetzt sag ich es auf nichts Falsches, aber ist das japanischer Pop oder asiatischer Pop? Ah, Dynamite. Ne, wie heißen die denn? The Weeknd, ne. Das ist was anderes. Ne, The Weeknd, ja, aber ich glaube, wir meinen das gleiche, aber wissen nicht, wie es heißt. BTS. Ja. BLT. Und wenn du da drauf, da musst du draufhauen. Das ist ein Sandwich, ne? BLT ist ein Sandwich, oder? BTS ist es, glaube ich, wirklich tatsächlich. B-S-T. B-S-T. Allein, dass wir es jetzt schon falsch aussprechen, ist wahrscheinlich schon unser Todesurteil. Aber Bacon, Lettuce, Tomato ist BLT. Das müsste ich eigentlich auch wissen, aber weiß ich auch nicht. Bacon. BLT-Sandwich, das ist der Klassiker bei Prêt-à-Manger, wovon Sven Benzmann, dem du irgendwie ein bisschen ähnlich siehst, mein Nightwush-Sidekick, sehr lange gedacht hat, er heißt, es heißt Prêt-à-Manga. Ja, und das ist das Bauernhafteste, was mir in den letzten fünf Jahren hier untergekommen ist. Ich habe so Angst, dass ich sowas habe und seit Jahren nicht darauf, also ich habe wirklich Angst, dass mich noch nie einer berichtet, äh, irgendwie verbessert hat. Dass dich noch nie einer berichtet hat. Berichtet hat. Ja, aber ich glaube wirklich, ich habe sowas, 100 pro. Ich hatte den Moment heute mit Klabauter, obwohl es den ja gibt, aber ich dachte, dass es der andere wäre. Aber Kabouter habe ich auch noch nie gehört. Ich auch nicht. Das ist ein Kabouter. Das glaube ich, Kabouter sind Fake. Fake News. Ja. Also. Aber der sieht mir tatsächlich ähnlich, da hast du recht. Ich will ja übrigens. Der Sven oder der David? Der Sven oder der David? Der David. Ja, der Kabouter. Der Kabouter. Ja. Ich habe übrigens überlegt, dass ich nicht mal ein Kind habe. Ja, sorry, sag du was. Ja, ne, mach. Ne, wenn ich ein Kind habe, möchte ich den gerne, wenn es so Sachen lernt, würde ich denen gerne eine Sache falsch beibringen. Also das heißt, wenn er irgendwann mal eine Gabel benennen muss, dann sage ich, das ist ein Knöbel oder ein Düdel. Und dann sagt er halt immer, wenn jemand sagt, gib mir mal den Knöbel, denkt er halt eine Gabel. Also weißt du, dass er ein Wort falsch lernt von mir und dann irgendwann mit 18 ist er mal bei seiner Freundin oder sie bei einem Freund, egal, was auch immer, zu Hause und dann sagt er einmal, ich gebe mir mal den Knöbel und alle lachen ihn aus, weil er halt seit Jahren Knöbel sagt zu Gabel. Ja gut, aber das hast du ja dann von Ariel kopiert, weil Ariel denkt ja die ganze Zeit, die Gabel wäre ein Dingelhopper. Du hast vollkommen recht, das ist ja sogar aus Ariel. Das ist krass. Das ist eine dreiste Kopie, was du deinem Sohn dabei bringen möchtest. Das ist ja richtig, das stimmt. Das ist ein Dingelhopper und das erklärt ihr nämlich diese blöde Möwe, diese saudumme Möwe, die mir jetzt gerade erst wieder einfällt und die immer die Sachen findet und dann hat sie die Ariel diese Gabel gebracht und sagt dann, was ist das, das ist ein Dingelhopper. Die Menschen nutzen ihn, um sich Frisuren zu machen und dann macht die Ariel sich mit dem Dingelhopper und dann sitzt sie doch am Tisch und kämmt sich mit dem Dingelhopper die Haare. Dass du den Namen noch so weißt, da ziehe ich schon wieder alle Hüte. Das ist echt krass. Also alles, was so Comics und so Sachen nachsprechen oder auch so Intro-Songs, zum Beispiel irgendwie Chip und Chap oder Bibi Blocksberg oder das ganze Zeug, das kann ich irgendein Areal in meinem Gehirn, in dem eigentlich Mathe logisch erklärt werden sollte, wurde entrümpelt, gereinigt und mit so einer Scheiße vollgestimmt. Ja, aber dann bitte Chip und Chap und los. Räuber, Diebe sind auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Chip, Chip, Chip und Chap. Ritter des Rechts, Chip, Chip und Chap, dem Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Chip, Chip, Chip und Chap. Ritter des Rechts, Chip, Chip und Chap. Finde ich sehr stark. Krass, ne? Kleiner Slug. Clap hört man den? Danke. Aber finde ich wirklich, das sind so Sachen, die haben dich eingebrannt. Genau wie so Zott, Sahne, Joghurt, Sahne, fruchtig, frisch und dann hinein ins Weekend. So traurig, dass man das weiß, aber ich kann wirklich nicht mehr Bruch regnen. Hm, lass dich mal gehen, schall einfach ab, erlebe den sahnigen Geschmack, mit Zott ins Weekend-Feeling. Darf man das hier alles sagen? Ist ja ungewohnt. Wir dürfen ja immer keine Werbung machen. Achso, du, wir sind hier privat. Porsche, Porsche. Das ist auf meinen, ich habe irgendwann in einem Podcast, habe ich das auch mal nachgefragt und dann habe ich ganz viele Marken hintereinander gesagt die ganze Zeit. Ich so, Haribo, Bärenmarke, Hitler. Nein, das ist keine Marke. Ich habe immer so auf dem Handy dann Hitlerwerbung bekommen. Ja, ich finde, der Algorithmus mittlerweile, ey, ich finde es krass, wie krass der funktioniert. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie, ich challenge, mittlerweile bin ich so, dass ich auch mal, ich will sowas mal machen, dass ich, wenn ich mit Leuten irgendwie abhänge, dann sage ich auch ganz oft mal so Krombacher oder Magnumandl und das funktioniert tatsächlich. Ja, natürlich. Also einfach mal Sachen sagen und dann haben die zwei Tage später, haben die da die Werbung drin. Ja, das ist schon, das Internet ist schon irgendwie sowohl, es ist schon so, das absolute Chaos, aber auch geil, oder? Das Internet ist so, ich weiß nicht, das Internet ist wie so ein Schokoladen-Nougat-Ei. Ja. Das ist richtig geil, aber ist auch richtig schlecht für dich. Ist richtig schlecht, vor allem für die Gesundheit alles. Aber das Internet, warst du schon mal im Darknet? Nee, aber... Darf ich das eigentlich sagen? Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Nee, aber ich würde gerne mal rein. Ich würde auch gerne rein, aber weißt du, was ich da gerne mal machen würde? Ich würde gerne eine Show im Darknet machen. Und zwar so richtig, ich hatte die Idee, da stehen drei Leute, zwei haben Corona und der Kandidat muss mit einer Person rummachen. Oder dir wird ein Mittel gespritzt und das Gegenmittel ist auf der anderen Seite von so einem Parcours und du musst in 30 Sekunden durchkommen. Und wenn du gewinnst, kriegst du halt Waffen, Koks und... Also weißt du, das ist so einfach... Das ist ja wie offenes Gewässer. Du kannst einfach machen, was du willst. Ja, das ist Saw. Das ist Saw. Im Endeffekt möchte ich Saw machen. Ich hätte auch gerne ein Dreirad und würde durchs Bild radeln auf so einem kleinen Dreirad. Scheiße, wie ich jetzt schon Ariel und Saw und das ist mir nicht aufgefallen. Da haben wir doch einen Stimmverzerrer und eine Fischflosse, just in case. Irgendwie, wenn ich alle drei Sachen zusammen kopieren möchte. Lea, aber I feel you. Ich glaube, dass man... Manchmal ist es ja dieses Verbotene schon auch echt... Ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast auch erzählt. Da habe ich mal... Da hat unser Biologielehrer, da war ich in der achten Klasse und er hat über Drogen geredet. Und hat halt gesagt, so ja, so völlig wertefrei, ja, bei LSD ist es halt so, dass Synapsen in deinem Kopf vertauscht werden und auf einmal siehst du Musik und hörst Farben. Das war so seine Aussage und ich so, kann ich das haben? Ja, ist eigentlich falsch, ne? Weil das hört sich echt gut an. Und ich so, naja, also wir haben jetzt nächste Stunde Chemie und da nach der Stunde hätten wir Musik. Ich wollte fragen, ob ich den Musikunterricht irgendwie sehen könnte dieses Mal. Und man ist irgendwie so versucht, weil es dann doch irgendwie einen reizt, aber dann hat man auch irgendwie Schiss. Und, äh, also ich finde, das Internet hat schon Stellen, wo ich denke, oh mein Gott, und was ist dann erst in Darknet? Ja, das ist, man will es nicht wissen. Also ich glaube, das sind ja wirklich die Abgründe der Abgründe. Ich würde halt, ich war auch noch nie drin, ich würde aber gerne mal so einmal gucken, wie leicht könnte man eigentlich? So, also... Google doch mal Darknet. Darknet. Ich glaube, es ist wirklich so einfach fast. Ich glaube, man kann es wirklich sehr einfach machen. Aber, ja. Das ist schon wieder eine Saw-Idee und Arielle-Idee jetzt, schon das zweite Mal. Das macht mich... Ja, aber da müssen wir, da kann man ja auch kurz drüber reden, ähm, dass niemand das Rad jemals neu erfinden wird. Und das gilt ja auch für unsere Comedy. Gerade für unsere Branche, wo es immer halt, der ist halt, das hat der von dem, das wurde schon mal getwittert. Mittlerweile wurde alles schon mal getwittert. Also, weißt du, was ich meine? So, gerade auch als Stand-Upper, da machst du so eine Nummer und da ist irgendwo ein Joke drin, so ein One-Liner, den halt irgendjemand schon mal bei Twitter genutzt hat. Und, so what? Die Leute ergießen sich, Millionen von Leuten ergießen sich täglich ungefiltert ins Netz, dass da der Satz vielleicht schon mal dabei war. Ja. Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich, es gibt auch Köpfe, die einfach manchmal gleich denken. Das muss man auch mal akzeptieren. Ja, und wir sehen halt auch einfach die gleiche Welt. Ja, genau. Wir alle haben das gleiche RTL 2. Das gibt's nicht in verschiedenen Varianten. Aber, äh, Thema Fernsehen. Ich meine, jetzt gerade, bist du ja eher hinter den Kulissen, oder? Tätig, so, dass es, ne? Wie sehr treibt's dich denn so auch vor die Kamera? Ist das ein Ziel, da aktiver zu werden? Auch jetzt, ich meine, TikTok ist ja auch was, wo du dann dich zeigst und so. Und ist das so, wo du denkst, so, ey, ich hätte auch irgendwie Bock so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fame einzustecken? Ach, das ist irgendwie, das ist immer ein bisschen Ventil. Das war bisher auch schon immer so, das war mehr Zufall, wenn es vor die Kamera ging. Aber eigentlich hab ich da Bock drauf, es bringt mir auch Spaß. Aber ich hab auch, so doof das klingt, gerade zu viel zu tun, um mich darauf zu konzentrieren. Aber es ist schon, ein Bock ist da. Aber es ist, ich warte auch gern die Situation ab und guck mal, ob es nicht noch eine bessere Situation ist. Oder dass man einfach sagt, vielleicht muss ich erst das Richtige machen dafür und dann mach ich's. Dass ich dann vor die Kamera wieder geh. Aber jetzt ist das so gerade, ich weiß auch nicht, was man machen soll. Also ich find auch, alleine, dass so ein Podcast machen ist jetzt, hab ich, ich hab ja auch keinen Podcast, darf man ja auch gar nicht mehr sagen mittlerweile. Das ist schade, Max. Das tut mir sehr leid. Aber man weiß auch nicht mehr mit wem, weil alle haben ja einen. Ich hab auch gelitten letztes Jahr, weil ich mein, du hast Alternativjobs, ich hatte keine. Und ich hab wirklich so meine Faves durchgeguckt so. Und es ist wirklich nur ein Mensch übrig geblieben, mit dem ich mir das vorstellen konnte. Und mit dem mach ich's auch jetzt seit fast einem Jahr schon. Den kannst du mal grüßen, wenn du ihn mal wieder siehst. Mach ich. Ach, der kleine Janni Maus, der alte Frechdachs. Ähm, ja, aber es ist schon, ähm, du sagst, du hast zu viel zu tun, aber, sagen wir mal, es läuft wieder alles, es geht wieder alles seinen geregelten Gang in acht Jahren. Äh, wie ist, äh, hast du auch mal Bock auf Bühne? So Live-Geschäft oder eher nicht? Also lustigerweise hat mich Stand-Up noch nie so richtig krass gereizt, weil ich immer das Gefühl hab, das können Leute besser. Und ich da immer denk, ich bin eher der, der, ich weiß gar nicht, wie ich's sagen soll, aber ich würd's eigentlich mal testen gerne. Aber dann kommt's halt auch ein bisschen drauf an, wo. Eigentlich müsst ihr dann mal das mal irgendwo testen, wo, wo man wirklich so ganz, also wo man sicher ist, dass niemand weiß, was da so abgeht. Äh, aber ich bin so eher, ich glaube eher sowas wie Sketche oder so ne ganz abgedrehte Late Night. Das wär, glaub ich, eher meins. Äh, also wenn ich mal was eigenes machen würde, dann in so ne Richtung. Ich glaub nicht, dass ich pur Stand-Up machen würde. Ich glaub, im Buhmann und Sohn gibt's so ne Stand-Up-Bühne. Ja, da bin ich genau richtig. Da wärst du sicher ein gern gesehener Gast. Ja, irgendwann mach ich das mal. Gehst du eigentlich viel in so kleine Clubs und testest die Sachen am Anfang? In so, in so richtig, äh, 10-Mann-Clubs sozusagen? Ja. Und ist das für dich, ist das schwieriger als vor 300 Leuten? Ah, das ist immer so die, 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 die Frage, äh, pfff, äh, ne, ja. Wenn du ne kleine Crowd richtig zum Lachen kriegst, dann ist die große, so, Königsliste, also ist dann so, pfff, ja, mach ich auch. Aber wenn du, wenn du es schaffst, dass ein, eine madige Stimmung mit acht Leuten kocht, dann bist du gut. Ja, und das, das ist mein Gewisser, da hab ich am meisten Angst vor. Aber ich hab, lustigerweise hab ich total Bock auf den Moment zu failen. Ich mag das manchmal selber total gerne, wenn das richtig in die Hose geht. Das find ich total lustig. Das, da, da, weiß ich nicht. Das find ich manchmal genauso gut, wie wenn's klappt. Also mittlerweile, ja, als ich damit angefangen hab, nee. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mich sogar manchmal freu, wenn's kacke ist, weil ich mir einfach denke, ihr seid kacke. Und dann geh ich. Ähm, also man muss einfach nur die, das ist so wie überall, Max, die richtige Einstellung ist doch das, was zählt. Aber ich mein, du hast ja, wenn du so, wenn du für Caro und so schreibst, gibt's denn da, kannst du dich da, äh, gibt's da, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, den, den, den Fuß in die Tür zu kriegen, dass man sagt, hey, ich würd auch gern mal was mitdrehen oder ich würd gern mal irgendwo mitspielen oder ist das schwierig? Ich glaube, das geht, aber ich glaube, da bin ich der falsche Typ für. Ich bin immer, also weil du dann auch zu zurückhalten vielleicht bist. Ich bin viel zu zurückhalten und, also gerade bei sowas, und ich will dann, manchmal muss man mich vielleicht ins Becken auch reinstoßen. Okay. Wow. Habe ich auch gemerkt. Würde ich in Caros Sendung so nicht sagen. Ja, aber lass dich stehen, den Satz. Gut, lass einfach, lass mal so stehen. Ich glaube, es ist tatsächlich manchmal so, dass ich denke, warum muss ich das jetzt machen? Dann lieber, äh, lieber irgendwie was Eigenes und so, aber nicht, äh, es war auch sonst echt immer wirklich beim Neo Magazin war es immer Zufall oder ganz oft so, alle sind einen Schritt zurückgegangen und ich bin einfach stehen geblieben, weil ich gedacht hab, hä, ist doch nicht so schlimm, das zu machen, das ist doch witzig. So. Ich glaube, das liegt mir eher, als dass ich da jetzt nach vorne presche und sag, ja, ich hätte übrigens eine total lustige Idee mit mir. Äh, allein wenn ich das so ungefähr sagen würde, das wäre schon strange. Aber vielleicht kommt's ja irgendwann, ich weiß gar nicht, mal gucken. Irgendwas mit einer Gabel, die wir umbenennen und dann im Darknet machen wir so eine Show mit einem Dreirad und alle, Max, das ist die Schütte und das Biest. Ein berühmter Mann, Max, hat mal gesagt, Witzigkeit kennt keine Grenzen und es war nicht Erdogan. Ja, ich weiß, worauf du anspielst, glaube ich. Äh, das, äh, Schmäh, die Schmähkritik, ähm, inwiefern warst du da mit drin? Ohne Anwalt darf ich das natürlich gar nicht sagen. Äh, also, Spaß beiseite, da war man natürlich ein bisschen mit beteiligt, aber im Nachhinein finde ich das, was daraus entstanden ist, finde ich bemerkenswert, dass sich dadurch auch sogar ein Gesetz auf eine Art verändert hat. Aber es ist mit Abstand eine der Nummern, wo wir am unstolzesten drauf sind, weil sie inhaltlich halt nicht so lustig ist, finden wir, also im Nachhinein. Aber was daraus so entstanden ist und die Welle, die es geschlagen hat, äh, war natürlich im Endeffekt gut. Aber, krass, oder? Also, dass da die, die, dass da die Engie, unsere Mutti, sich quasi mit befassen musste, das musst du auch erst mal schaffen. Das ist ja, das ist mein Ziel. Das ist, das ist auch das nächste Ziel für irgendwas Neues. Weißt du, wie oft ich einfach in irgendwelchen random Instagram-Posts Danke Merkel da drunter setze? Einfach, weil ich einmal will, dass die Frau sich irgendwas von mir anguckt und ihr, schnipp, da macht sie mal einen Phone-Call. Einen kleinen Call neben Erdi. Aber die hat doch Insta, oder? Du kannst die auch so wirklich verlinken mittlerweile. Fällt mir gerade doch mal ein. Ja, als ob die das selber lesen würde. Ich würde so gerne wissen, ich würde es nicht ablenken, aber ich würde so gerne wissen, was die guckt. Was guckt, also wirklich ernsthaft, das würde mich so interessieren. Feed, meinst du? Ne, auch, aber auch, was die so im Fernsehen guckt. Ob die auch mal RTL 2? Ist die so ein Love Island-Typ? Ich glaube nämlich 100% pro, dass da irgendwo auch mal was geguckt wird, was... Alleine Mars Singer würde ich schon witzig finden, wenn Angela Merkel da sitzt und wer ist es? Die zum Schlafanzug. Oh, das ist doch der Haller vorn. Die Jude Dracas, auch die mag ich. Ne, mal im Ernst ist, also ich fand das Schmähgedicht, also dass das solche Wellen schlägt, ist schon absurd. Findest du, ihr seid zu weit gegangen? Ne, oder? Also, also, ne, oder? Ich finde, man kann das machen, aber das war jetzt bestimmt, ich weiß nicht, ob man das nochmal machen würde, ehrlich gesagt. Aber wolltet ihr so provozieren? Also war das auch irgendwie... Es war ja, es wurde ja total aus dem Kontext gerissen. Also es wurde ja vorher ganz klar gesagt, das darf man nicht machen, mach das nicht. Und das wurde halt immer abgeschnitten. Achso, okay, das wurde euch schon gesagt. Ne, ne, also das haben wir auch in der Sendung gesagt. Also es war nie ein, das finden wir witzig, sondern es war so ein, alles was jetzt kommt, darf man nicht machen. Und dann haben wir es halt einmal gemacht, um zu zeigen, was man nicht machen darf. So wie, wie sagt man das denn? Gibt es nicht so Videos, wo man sagt, mach das bitte nicht? Und dann zeigt man halt, so geht es nicht. Und dann kommt so ein Durchgespräch. Please don't do this at home. Genau, und so ein bisschen war es so. Aber dass das so eine Wellenschild hätte man natürlich auch nicht gedacht oder gehofft. Aber ich weiß nicht, aber ich glaube, heute würde man es nicht mehr machen, obwohl ich grundsätzlich nichts dagegen habe, mal die Grenzen der Comedy auszutesten. Kommt aber immer auf den Zeitpunkt an. Das ist für mich immer sehr wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, finde ich. Jetzt zum Beispiel ist nicht mehr die Zeit, Stand-up-Witze über Greta Thunberg zu machen, finde ich sogar lustigerweise. Man kann es so ganz ein bisschen bewitzen, aber oder es gibt so ein paar andere Sachen, über die ich jetzt keine Gags machen würde, gerade, weil die Zeit einfach nicht da ist. Absolut. Falls du weißt, was ich meine. Ja, ja, aber gibt es so generell so dieses Grundthemen, wo du sagst, boah, da gehe ich ungern ran als Autor? Oder glaubst du, dass man alles gut verpacken kann? Man kann alles gut verpacken, wenn man irgendwie, ich sag mal, wenn der Kompass stimmt, dann kannst du alles machen. Ja, genau. Wenn du weißt, was du machst. Und das ist auch ein Problem, der Raum ist immer ein Problem. Also ich bin zum Beispiel, wenn wir in unseren Autorenräumen sitzen, dann kommen da auch mal Gags raus, die man nicht machen würde laut draußen. Aber das ist dann halt auch so, man weiß ja auch, wer das Publikum ist. Also weißt du, wie ich das, das ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich jetzt, wenn ich vor einem, keine Ahnung, vor jemandem sitze, der gerade krebserkrankt ist, dann mache ich natürlich nicht tausend Krebsgags und sage, wie lustig das wäre. Aber wenn man in so einem Raum sitzt, dann kommt das ja auch mal raus. Sag ich einfach so. Ja gut, ich frage jetzt vorher nicht, wie viele Krebs haben im Raum. Ich habe die Krebsnummer und ich mache die. Ja, das war völlig okay. Also es ist gar nicht, das kannst du ja auch nicht wissen. Hat mehr als 50 Prozent hier schon mal eine Chemo? Nein? Gut. Dann los. Nee, keine Krebswitze. Es ist aber super schwer und es ist noch schwerer geworden, finde ich. Also es ist ja mittlerweile, und das ist auch gut so, finde ich, aber es ist ja so ein Tanz auf der Rasierklinge geworden, auch online, was man eigentlich noch bewitzen darf. Man ist ja sehr schnell in der Kritik, oft zurecht, aber man ist ja wirklich sehr schnell in der Kritik. Und man muss natürlich da einfach vorsichtiger sein und genauer sein. Das schult, glaube ich, auch ganz gut. Aber irgendwie ist es manchmal auch geil, auch mal so einen Scheißwitz zu machen. Du musst ja auch mal raus. Ob man die jetzt öffentlich macht oder so, aber... Und das ist eben gerade das Problem an der, oder das sehe ich als riesiges Problem dieser fehlenden Live-Kultur. Weil live in einem Raum gehen ganz andere Dinge, wie wenn sie direkt der ganzen Welt zugänglich sind. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also wenn du halt irgendwie einen Stream machst oder sonst irgendwas, oder irgendwas halt hochlädst, dann ist es halt sofort eine Zielscheibe für alle. Und wenn du aber in einem kleinen Club halt mal einen daneben liegst, dann entsteht so eine Diskussion mit dem Publikum, eine echte Diskussion, nicht so eine Twitter-Diskussion, sondern man schaut sich in die Augen, man wägt zusammen ab, geht das, geht das nicht? So, man ist gerade so auf seinen moralischen Kompass irgendwie so ein bisschen alleingestellt, habe ich das Gefühl. Gerade wir jetzt. Und ja, es ist alles tough times. Aber, und das habe ich auch schon gesagt, ich glaube, das sind jetzt echt sehr prägende, auch echt schmerzhafte Zeiten, aber ich glaube, dass sie ein geiler Nährboden sind für richtig gute Comedy und Unterhaltung danach. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass es dann wichtig ist, dass man das, ich glaube, der Filter, der jetzt drübergelegt wird, ist ganz gesund. Also weil Leute auch mal merken, ich könnte auch kein Stand-Up machen über Schwangerschaft, weil ich keine Ahnung davon habe. Deswegen würde ich auch nie darüber, deswegen würde ich auch nie das N-Wort sagen. Ja, verstehe ich total. Aber sagen wir mal, es läuft jetzt mal wieder in geregelten Bahnen so und du hast ja noch ein paar Jahre vor dir, ähnlich viele wie ich, weil du vielleicht zwei weniger, weil ich in etwas besserer Verfassung bin. Deutlich. Aber nehmen wir mal an, it's going well. Ich rufe dich in fünf Jahren nochmal an, nachdem ich dich beim Tennis abgezogen habe. Wo bist du und was machst du? Boah, best case. Best case ist alles so, wie es ist. Cool. Oder vielleicht wirklich ein bisschen mehr vor der Kamera, aber eigentlich, weiß ich nicht. Es ist als Autor auch gar nicht so einfach zu sagen, dann bin ich irgendwie Senior, Junior, Executive. Also es gibt ja so Jobs, wo du so geil aufsteigen kannst. Beim Autoren ist das irgendwie nicht so. Nicht so schnell oder auch nicht so einfach oder man hat es relativ schnell geschafft, weil es nur zwei Stufen gibt oder so. Story of Jan Müllers Life. Ja, im Endeffekt ja. Liebe Grüße. Aber deswegen weiß ich nicht, ich hoffe das Gleiche. Das heißt, es soll ungefähr so bleiben, wie es ist, mit ein bisschen mehr Gehalt. Sehe ich das richtig? Nö. Ich habe ausgesorgt. Du, ich habe ausgesorgt. Geil. Max, Bitcoins oder was? Das habe ich bei Ebay verkauft und habe jetzt 32 Euro bekommen und davon lebe ich jetzt einfach. Wie hast du die Laserschranke überwunden? Tja, das verrate ich dir beim nächsten Mal. Beim Tennis. Ich sage nur, Codewort Schweden-Thong. Ich freue mich. Wir spielen, Max. Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst bei Inside Comedy. Es hat mich sehr gefreut. Ja, ich danke dir. Mit dir zu sprechen und dich auch in diesem Fall kennenlernen zu dürfen. Und ja, an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr diese Folge gut fandet, was krass abhängig ist von Max, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da, eine gute und sagt es auch gerne weiter mit dem Podcast, dass es witzig ist und interessant. Und ja, wie ihr merkt, ich sollte jetzt auch mal aufhören, because I'm through. Tschüss. So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber, aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Comedy-Podcasts habt, spreche ich, Atze Schröder, in meinem Podcast Stand Up Powered by Nightwash. Also der Podcast heißt wirklich so Stand Up, da geht es um Stand Up Comedy. Stand Up Powered by Nightwash mit den größten Stand Up Comedians Deutschlands, natürlich vor allem auch weiblich, Deutschlands über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und tiefe Einblicke in die Welt der Live-Comedy. Hört da mal rein, also kann ich euch sehr empfehlen.